Wie heiße ich denn auf Twitch überhaupt? Fuck, Alter! Ja, du bist manchmal einfach nur richtig weh drauf. Gerade zum Beispiel, ähm, Kretel. Das kommt vom Koks. Short, ich brauch Hilfe. Gib mir den App! Hallo, da... Nein, die Süße! Das war ein Fehler von mir. Ich hoffe, auch du bist in der Lage, Fehler zuzugeben. Boah, sorry, ich wär grad eben fast ausgerastert, ne? Um Gottes Willen! Oh, scheiße, er hat mir dritten. Er steht auf mir drauf. Ah, sieh, was? Ich mach die Luke auf. Luke ist offen. Ja, ja, ich bin offen, ich bin offen. Ja, vielleicht trafen die das überhaupt nicht, wenn man so richtig nah bei ihnen steht. Nice, Short, einer. What the fuck? Man muss auch ab und an mal so ein bisschen tot sein, oder? Okay, ist da weg. Oh, mein Gott! Jan, was kann man denn eigentlich jetzt mit dem Dildo anstellen? I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Achtung, Nate, oh, 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 sorry, die ist irgendwie in deinem Arsch hängen geblieben. Hier, rüst, bei mir, bei mir! Ist down. Ich bin gerade so auf meinem Hoch von allen Spielen auf der Welt irgendwie. Alter, die kommen mit diesen Soferschronke. Das ist der Plan. Was war das eben? Ich bin eben nicht gelaufen. Leute, denkt doch mal nach. Habt ihr noch nichts gelesen von dem? Das Pamphlet? Ich glaube, die AWP läuft raus, oder? Du siehst nicht so aus, als ob du eine Cola Zero trinken würdest. Wow, oh, der Tobi, Alter, destroyed. Ich weiß nicht, wie du da wieder lebend rauskommst, aus dem Diss. Wow! Schieß mir halt mal, schieß mir halt mal. Bin ich der absolut beste Boy auf der Welt? Fuck, halt, falsch. Alter. Hallo? Ich hab mich selbst gefunden. Ja, ich weiß nicht, wer das ist, dieser Obi-Bretterkerl. Nachher ist es so einer, der mich halt dann zuspammt. Hey, if you want to get fucked, klick und ist link. Ja, und dann klicke ich nicht drauf. Because I'm not ru-tru-tut. Fröhlich hab ich hingegessen, so ein leckerer Zitronenkuchen. Und ich so, ah, der ist so lecker. Also, ja, dann hab ich mit den Kindern zusammen gemacht, und ich... Ey, what? Weißt du, die Kinder... Komm, wir rühren den Teig! Pff, pff, pff. Kannst du mir helfen? Ja, Kretel, was ist los? Kretel, ja? And the Oscar is presented to... Ja, also mir war das von Anfang an sehr, sehr... Äh, scheinbar war bei mir oben jemand. Guckst du denn? Mach ich, Alter! Okay, dann fangen wir mal mit dem 1x1 an. Ich suche mal ein paar Rocks und mache mir einen Stein. Ja. Meischer, wie es ist, man nennt ihn auch Speedfreak. Vielen Dank nochmal für dein Abonnent. Sanse, komm mal bitte ganz kurz her. Oh! Achso, Sanse, warte, warte, Sanse, warte. Ich hab' nach 3 Schuss und der eine trifft. Mehr oder weniger zufällig. Der hat mich tot gemacht! Oh, oh, ich verbrenne, ich verbrenne. Nicht. Das war's, Juro, wirklich. Nein. Riecht er es auch hier? Hacks! Here come the hacks! Oh! Ich hab das überhaupt nicht auf ihn gezielt! Fuck! Da ging der Legit-Hack etwas früh an. Ja, wie gesagt, ich meinte, ja cool. The hacks! Zuallererst mal the Fluggerät. The Chettle Peckle. So. Und dann... Der Handtack in der Hund! Drauselig. Ich flash in Main rein. Die hat mir niemand gesehen. Aber Gretel, man muss auch sagen, die laufen auch genau dahin, wo ich hin aim. Das ist halt auch nicht schlecht. Die laufen gut in meinen Pre-Aim rein. Mein Struggle ist ja, ich aim hier hin und dann... Und dann kommt... Kommt ungefähr hier hinten jemand da. Da hinten von... Aus Frankfurt oder was weiß ich. Kommt einer. Und tappt mir so auf den Rücken. Da krieg ich Probleme. Da machen alle Ranks ab LE mit. Oder ein Low-Match... Und dann noch ein Low-Match-Making. Ähm... Da spielen dann... Uff! Alle Ranks... Okay. Was geht denn ab, Alter? Peace-Maker genauso willst du mich halten. So richtig süß. Wie die Gisela. Oh, der ist durch. Playground ist down. Wo ist der andere? Uff! Ist weg. Ich glaub, Long ist noch einer gesteppt. Uff! Das war gerade eben mein vollkommen normaler Skill, wenn ich... Ein Auge... Zu hab. Und nur mit den Füßen spiel. Ne? Das war gerade eben... Bis zum nächsten Mal.